Ich bin froh, dass ich mehr Ruhe habe. Ihr habt euch damit vielleicht abgefunden, aber ich nicht. Ich stehe in der Blüte meines Lebens. Die schauen doch alle Porn an und dann schauen die immer so P.O. Das ist wie ein Motor, den sie immer anlässt. Irgendwann ist die Batterie leer.